Hallo meine Lieben, mein neuer Blubber Blubber Vlog. Ja, setzt euch hin, holt euch eine Tüte Chips, holt euch irgendwie einen Tee, keine Ahnung, irgendwas, macht irgendwas und macht es euch auf jeden Fall gemütlich. Ich werde mal wieder so ein bisschen blubbern. Und apropos, ich fand das übrigens ganz witzig, ihr könnt mal im Tagebuch nachlesen. Eine Leserin von mir, die Steffi, hat mir eine Mail geschrieben und ein Foto geschickt. Und zwar, ihr kleiner zweijähriger Sohn konnte nachts nicht schlafen und sie hat ihn dann genommen, ihn von dem PC gesetzt, hat Kossis Welt angemacht und ein Video von mir gespielt. Und ja, der ist da irgendwie ganz fasziniert von gewesen. Gibt es auch ein Foto, fand ich total niedlich. Ja, vielleicht sitzt ihr jetzt auch so vor der Kamera, vielleicht denkt ihr auch, oh Gott, die Alte schon wieder, die erzählt uns hier wieder irgendeinen Blödsinn. Ja, ist mir egal, weil ihr werdet nicht gezwungen, meine Videos zu sehen. Okay, ja, natürlich habe ich vorher überlegt, was erzähle ich euch. Ganz wichtig vorab möchte ich etwas zu meinem Lesen verbindet, Lesen verbindet, Moleskin Special sagen. Moleskin Book Journal Special. Und zwar ist es jetzt schon eine ganze Weile unterwegs und es sind schon ein paar und 20 Empfänger gewesen, die das Buch schon in Händen halten konnten und die ihre Lieblingsbücher reingeschrieben haben. Und da freue ich mich ja auch immer drüber, wenn ich dann eine Rückmeldung kriege. Jetzt ist es ein paar Mal passiert, dass ich die Empfänger anschreiben musste und habe da mal so nachgefragt, ist denn bei dir irgendwie was angekommen? Hast du Post bekommen? Und ja, und dann kam er zurück, ja, und es ist auch schon vor vier Tagen hier gewesen und so. Und ich hatte in dem Video ja gesagt, bitte macht es nicht so, dass dieses Buch bei euch ankommt und ihr legt es an die Seite und sagt, in drei Wochen fülle ich das mal aus und schickt das weg. Also, es ist ja jetzt schon sehr, sehr lange unterwegs und ihr müsst überlegen, es sind insgesamt 156 Teilnehmer, die mitmachen. Und wenn das jetzt so ab und zu so schleppend weitergeht, dann ist das Buch wahrscheinlich 20 Jahre unterwegs. Und bis dahin haben sich ja eure Lieblingsbücher auch schon geändert. Also ich möchte euch bitten, zumindest, also ich mache mir auch immer so ein bisschen Sorgen. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist wie so ein Baby oder wie so ein Kind, was man so auf Reisen schickt und was dann immer anruft, ja Mama, ich bin jetzt gerade hier oder ich bin gerade hier. Und ich möchte euch bitten, auch wenn ihr nicht direkt Zeit habt, das auszufüllen und wieder zurückzuschicken, dann schreibt mir wenigstens ganz kurz nur eine Mail, es ist angekommen. Weil dann kann ich wenigstens sicher sein, okay, es ist jetzt da, die Post hat nicht geschludert und alles ist gut. Und darum möchte ich euch einfach bitten, dass sie mir wirklich, wenn ihr das bekommt, sofort am nächsten Tag vielleicht und mal ganz kurz, hat man ja Zeit, eine E-Mail zu schreiben. Und ja, dass ihr mir nur ganz kurz eben Bescheid gebt, dass das Buch bei euch angekommen ist und mir dann sagt, ich schicke es dann und dann weiter oder ich mache dann und dann die Fotos, damit ich einfach Bescheid weiß. Weil so dieses Warten drauf, immer so, hm, wann meldet derjenige sich und hoffentlich ist es nicht irgendwie unterwegs verloren gegangen oder so, das ist nicht so schön, habe ich gemerkt. Also ich weiß immer schon ganz gerne, wo dieses Buch ist, weil, ja, irgendwie wächst einem diese ganze Geschichte ja auch ans Herz, muss ich sagen. Und eine Frage muss ich noch beantworten, weil die ist mir so oft gestellt worden, obwohl ich es in diese Kriterien da reingeschrieben habe, es gibt keinen Einsendenschluss. Also selbst wenn du jetzt gerade erst von diesem Lesen verbindet, Lesen, warum sage ich immer Lesen verbindet, von diesem Lesen verbindet Special erfährst, kannst du auch immer noch mitmachen, weil ich packe alle E-Mails von euch in einen großen Unterordner und jedes Mal, wenn mir dann der Empfänger sagt, das Buch ist jetzt bei mir, dann wähle ich mit meinem Scrollfinger aus und sage so, der kriegt jetzt das nächste Buch. Das heißt, ihr könnt immer jederzeit mitmachen. Ja, dann möchte ich mich bedanken, dass mir schon so viele Leute über Formspring Fragen gestellt haben. Es ist für mich wirklich sehr einfach. Also viele Leser, die mir dann als Mail nochmal wieder ähnliche Fragen gestellt haben, denen habe ich wirklich den Link geschickt, habe gesagt, da habt ihr jetzt mittlerweile über 100 Fragen, die ich beantwortet habe und die könnt ihr danach lesen und da steht alles drin, was ihr wissen möchtet. Und es ist für mich wirklich eine Wahnsinnserleichterung. Finde ich gut, macht weiter so. Dann, ich wollte noch irgendwas sagen, ich habe mir sogar einen Zettel gemacht, der liegt aber bei mir auf dem Schreibtisch und nicht hier. Okay, jetzt muss ich irgendwie ein bisschen aus dem Kopf raus. Was sehr schwer ist, weil mein Kopf so voll ist. Ja, mein Kopf ist so voll, weil hier liegt immer noch ein Manuskript von Männertaxi. Ich bin ja schon richtig gut dabei, das zu überarbeiten, habe aber festgestellt, wenn ich arbeiten gehe, so in der Woche, oh, fehlt mir so ein bisschen doch der Kopf dafür, weil mein Job ist sehr, sehr stressig und ich brauche immer eine Zeit lang so irgendwie dann so, ja, um wieder runter zu kommen und ich mache in der Woche nicht ganz so viel, aber dafür am Wochenende. Und dafür stehe ich auch schon mal wieder morgens um 6 oder 7 Uhr auf. Da bin ich ja wirklich sehr konsequent und ziehe das echt straight durch. Und ja, es ist immer noch die Papierform, die ich überarbeite und ich denke mal, dass sie wahrscheinlich jetzt Ende der Woche abgeschlossen sein wird und dann hacke ich das Ganze nochmal in den Computer und dann geht es zurück zu meinem Lektor. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich lese natürlich im Moment auch wieder ein Buch. Ich habe gerade eben dieses Buch Numbers von Rachel Ward zu Ende gelesen, habe ich auch eine Videorezension schon gedreht. Ich weiß jetzt selber allerdings noch nicht, ob ich jetzt erst den Blubar Blubar Vlog online stelle oder dann ein paar Tage später das Video. Ich muss mal gucken. Bin da so spontan, was mir gerade so gleich irgendwie in den Kopf kommt. Ja, im Moment lese ich Lügst du noch? Oder liebst du schon? Die Autorin ist von Rebecca Fischer. Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Rebecca Fischer ein Pseudonym ist und die eigentliche Autorin heißt Gabriela Engelmann. Von der habe ich ja mittlerweile auch zwei Bücher gelesen. Eins suppt bei mir ja noch. Und diese Gabriela Engelmann Bücher, die sind ja mehr so, ach, ne, so schön und in the feeling und ist alles irgendwie so schön halt. Und dieses Buch ist lustig. Also es ist mehr so diese, ja, wie nennt man das? Das ist Komödie. Bei mir steht, äh, Männertags ist eine turbulente Komödie. Das ist mehr eine Komödie. Und das finde ich, ja, ist halt so ein Frauenschmöker. Single Frau, Single Mann und, äh, lernen sich kennen bei einem Speed Dating. Ja, und lügen sich gegenseitig die Hucke voll. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da natürlich jetzt viele Dinge passieren. Ich bin aber jetzt noch nicht ganz so weit. Ich habe so fast die Hälfte gelesen. Und, ähm, das hat mich sehr amüsiert. Ich habe das gestern Nachmittag angefangen auf dem Balkon. Weil sowas lese ich am liebsten auf dem Balkon. So, und so locker lustige Bücher finde ich total klasse. Bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, ja, dann werde ich in nächster Zeit natürlich endlich auch meinen Arthur weiterlesen. Da habe ich mich ja die ganze Zeit so drauf gefreut. Und irgendwie kam immer so viel dazwischen. Und, äh, bin irgendwie noch nicht dazu gekommen. Ähm, worauf ich mich auch sehr freue, ist dieses Buch. Eine geheime Liebe von Paola Calvetti. Ziemlich dünnes Buch. Ich habe ja vor einiger Zeit von der Dame gelesen, ähm, Und immer wieder Liebe. Müsst ihr mal gucken, gibt es auch ein Video, äh, äh, zu. Und da habe ich ja auch gesagt, dass dieses Und immer wieder Liebe echt mittlerweile eins meiner Lieblingsbücher ist. Weil es sooo schön ist. Und da hatte ich gesehen, dass diese Paola Calvetti eben ein neues Buch rausgebracht hat. Und das möchte ich gerne auch lesen. Aber das ist, wie gesagt, so dünn. Das lese ich, glaube ich, so am Abend am Mittag auf dem Balkon. Freue ich mich auch drauf. Ja, und ansonsten, ähm, habt ihr mir ja ziemlich viele, äh, Briefe. Auch geschickt, so bezüglich der Lesezeichen. Und ich habe die ja auch alle, ja, nicht beantwortet. Aber ich habe ja die Lesezeichen da so reingepackt. Ich habe übrigens auch, äh, ab und zu. Ne, ich habe eigentlich jedes Mal diese Bücherflausch-Lesezeichen auch dazu getan. Und jetzt habe ich nur noch eins. Die gibt es also nicht mehr. Ich habe mit dem Stefan gesprochen. Wir werden neue machen. Die werden wahrscheinlich auch anders aussehen als das. Ja, also wer noch so eins bekommen hat, kann sich glücklich schätzen. Weil die wird es wahrscheinlich nie wieder in dieser Art geben. Ja, und, ähm, ja, ich glaube, das war irgendwie schon alles. Das Wetter ist schön. Soll aber nicht so bleiben, habe ich gehört. Ähm, ist aber nicht schlimm. Wenn ich arbeiten gehe, kann es ruhig, kann es auch ruhig regeln und stören und schweigen. Na, am Wochenende, da kann es schön sein. Weil da finde ich das ja doch schon, äh, sehr schön, gerade wenn man so auf dem Balkon sitzen kann oder im Schrebergarten bei einer Freundin im Garten oder so. Und, äh, ja, und den anderen Leuten beim Rasen nähen zugucken kann. Ich höre nämlich gerade, dass hier ein Nachbar Rasen näht. Finde ich immer sehr schön, dass ich das nicht machen muss. Ähm, ja, gut. Das war mein Blubber-Laber-Vlog. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wahrscheinlich werde ich gleich an meinen Schreibtisch gehen, den Zettel sehen und denke, oh, das würde ich doch auch noch erzählen. Ne, aber das war eigentlich alles. Ach ja, und ich wollte mich jetzt übrigens schon mal bedanken. Im Moment, aktuell läuft ja mal Nikola Sparks Gewinnspiel. Äh, mit dir an meiner Seite, heißt das. Und, boah, Wahnsinn, wie viele Leute da jetzt mitgemacht haben. Und, äh, mir tut das immer so leid, weil ich habe ja nur drei Exemplare. Und, ja, es tut mir immer so leid, dass ich möchte ja immer am liebsten allen Teilnehmern ein Buch schicken, aber das geht ja nun mal nicht. Und, wie gesagt, es tut mir jetzt schon leid, dass eben nur drei Leute gewinnen können. Äh, aber wie dem auch sei, egal. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Film. DVD habe ich schon vorgestellt. Ich habe gesagt, ich gehe nicht ins Kino, weil ich möchte nicht so verheult aussehen, wenn auch immer das Licht angeht. Und, äh, ich kenne ja Nikola Sparks Filme. Also, es gibt keinen, bei dem ich nicht geweint habe. Die sind ja immer alle sehr, sehr tragisch. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ich höre jetzt einfach mal auf. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. люk-チös.